Diesmal geht es um Snapping. Snapping ist magnetisches Verhalten von Vertexen, Edges, Faces und unserem Grid. Das bedeutet, wenn wir im Edit-Modus modellieren, kommt es oft zu dem Phänomen, dass wir Vertexes aufeinanderlegen möchten, um sie zu verbinden. In dem Falle zum Beispiel, wenn wir unseren Würfel haben und einen zweiten Würfel und ich möchte diese beiden Dinge verbinden. Wir löschen zum Beispiel diese Faces hier raus und ich möchte diese beiden miteinander verbinden. Ich mache kurz unser Screencast-Addon wieder an. So, wie immer. Und ich möchte die beiden miteinander verbinden, dann ist das gar nicht so einfach. Natürlich kann ich diese beiden Elemente hier wieder zusammenfügen, indem ich sie markiere. Dazu wieder ein kleiner Shortcut, der sehr hilfreich ist, nämlich L. L heißt Linked Object. In dem Falle zeige ich auf meinen rechten Würfel, auf den Vertex und drücke L. Und mit L wird er jedes geometrisch verbundene Element markieren. Das sind die Linked Objects. Und damit habe ich jetzt den gesamten Würfel markiert. Ich kann ihn mit G und X wieder aufeinandersetzen, aber er wird sich nicht mehr verbinden. Das ist das Problem an der Sache. Er wird sich nicht mehr verbinden. Er bleibt eben so getrennt jetzt. Damit das aber sich verbindet, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ihn zum Beispiel, wenn ich das N Properties Panel öffne und hier in den Toolbereich gehe und hier bei Options Auto Merge. Auto Merge macht folgendes. Er wird die Vertexes oder die Vertices verbinden, sobald sie einen Abstand zueinander haben, der 0,001 unterschreitet. Und sobald er das unterschreitet, werden diese Vertexes verschmolzen. Dann sind sie einer. In dem Fall reicht es aber noch nicht ganz. Wenn wir hier mit L den rechten Würfel markieren, dann ist er immer noch nicht verbunden mit dem linken Würfel. Wir können jetzt versuchen, den richtig perfekt zu treffen. Vielleicht hat es geklappt. Ja, diesmal hat es geklappt. Jetzt ist er gemerged. Also haben wir, wenn wir den hier bewegen, einen Vertex. Jetzt ist die Sache die. Das war jetzt ein ziemlicher Act, das so aufeinander zu schieben. Da gibt es natürlich eine viel schönere Möglichkeit. Wir machen das wieder so, dass wir einen Würfel erstellen. Erstmal löschen wir den hier. Dann erstellen wir einen Würfel. Kopieren unseren Würfel. Die beiden fügen wir zusammen mit STRG-J. Gehen in den Edit-Modus. Das sind ja alles Dinge, die wir schon kennen. Und machen jetzt folgendes. Wir löschen nochmal die Faces raus. Die hier. Ist einfach sauberer, wenn die nicht da sind. Und jetzt möchte ich das Snapping aktivieren. Das ist oben bei dem Magneten. Die Tastenkombination ist Shift und Tab gleichzeitig. Und hier habe ich eine Auswahl, was soll denn eigentlich verbunden werden. In unserem Fall möchten wir Vertex verbinden. Und jetzt sehen wir, wie magnetisch die ganze Sache ist. Ich muss nur drauf zeigen und er verbindet sich schon mit diesen Punkten. Das ist ein unfassbar mächtiges und wertvolles Tool, besonders in Verbindung mit Auto-Merge. In dem Falle habe ich jetzt auf diesen Vertex geklickt und er hat sich verbunden. Er ist jetzt miteinander verschmolzen. Wenn ich Auto-Merge nicht aktiviere, ich mache es mal wieder raus, dann funktioniert es zwar trotzdem, dass er sich verbindet, also dass er sich aufeinandersetzt auf genau die gleiche Stelle. Es ist aber nicht fest verschmolzen. Das macht Auto-Merge. Das heißt, es ist immer die Verbindung, die wichtig ist zwischen unserem Snapping-Tool und dem Auto-Merge, wenn wir Geometrie miteinander verschweißen wollen. Wenn wir den Auto-Merge aktiv haben, können wir auch seinen Threshold verändern. Das bedeutet, ab wann snappt ein Objekt. Und falls wir des Öfteren feststellen, dass das nicht sauber funktioniert, liegt es daran, dass unser Objekt sehr, sehr, sehr viel kleiner ist, als dieser Threshold sinnvoll ist. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier in unserem metrischen System arbeiten und ein winzig kleines Objekt bearbeiten, dann kann die 0,001 Meter tatsächlich schon relativ viel sein für unser kleines Objekt und den Abstand der Vertexes, die dort eigentlich vorherrschen. Natürlich gibt es noch weitere Methoden des Snappings. In unserem Fall wäre der Vertex-Select definitiv der beste gewesen. Es gibt aber noch Dinge wie zum Beispiel den Increment. Da snappt er auf das Grid. Das bedeutet, wir gehen mal in die orthografische Ansicht. Da ist das Grid am sinnvollsten. Und ich möchte diese Phase mal kurz duplizieren. Und während wir unsere Phase bewegen, sehen wir schon, wie es hier im Raster einschnappt. Ich bewege meine Maus einfach nur in irgendeine Richtung und er versucht immer auf dem Grid zu bleiben. Und genau das funktioniert auch beim Vertex-Select. Er wird immer auf einem dieser Grids bleiben. Und das ist eine sehr praktische Methode, wenn wir ein geometrisches Objekt bearbeiten und uns aktuell noch keine Sorgen machen wollen. Ob das Ding rechtwinklig ist oder nicht, dann übernimmt er das einfach für uns. Das ist sehr praktisch. Es gibt noch einen weiteren, nämlich den Edge. Das bedeutet, dass er einen Vertex immer auf einen Edge snappen wird. Das heißt, in dem Falle kann ich mich hier an diesen Edge entlang, kann ich auf dem entlangrutschen sozusagen. Und er wird immer versuchen, sich auf diese Kante zu legen. Wichtig ist aber, Geometrie kann sich so niemals verschmelzen. An einer Edge lässt sich ein Vertex nicht festmachen. Das ist einfach nicht möglich. Dazu müsste es einen anderen Vertex hier geben. Das heißt, man müsste dementsprechend schneiden, damit man hier Geometrie hat. Und ein Edge ist nun mal nichts, wo irgendetwas verschmelzen kann. Ausschließlich an einem Vertex kann ein anderer Vertex halten. Und da gibt es gar keine Ausnahmen. Auch auf einer Fläche an sich lässt sich nichts fest verbinden. Die einzige Verbindung in einem dreidimensionalen Körper ist der Knotenpunkt am Ende, also der Vertex. Das ist die einzige Möglichkeit, etwas zu verbinden. Das nächste ist das Face. Das ist sinnvoll, wenn wir zum Beispiel ein Objekt auf ein anderes legen möchten. Dann können wir es aneinander schmiegen, indem wir den Vertex einfach auf dieser Face entlanglaufen lassen. Er wird immer daran rutschen, egal wie wir die restliche Geometrie aufbauen. Er bleibt immer da dran. Das ist sehr praktisch. Wenn wir einfach Abstände vermeiden möchten, wenn wir mehrere Objekte aufeinander haben. Es gibt noch einen Magnetismus. Das ist der Volume. Das ist wichtig, wenn wir zum Beispiel verschiedene Objekte haben und uns an ein anderes Objekt, das sich nicht im Edit-Modus befindet, ransnippen möchten. In dem Falle gehen wir in den Objekt-Modus, wählen ein neues, wie zum Beispiel eine UV-Sphere, setzen hier ein Stück nach oben und möchten die zum Beispiel auf ein anderes Volume setzen, wie zum Beispiel den hier. Wir nehmen vielleicht eins, wo die Geometrie etwas intakter ist, zum Beispiel hier bei diesem Cube. Und er wird hier immer versuchen, eine Verbindung mit diesem Körper einzugehen. Der nächste wichtige Befehl ist der Edge-Center. Bei einem Edge-Center funktioniert das folgendermaßen. Wir haben zwei Würfel zum Beispiel und ich bin im Objekt-Modus mit beiden. Daher kann ich den noch schnell joinen. Gehe in den Edit-Modus. Und möchte mit einem Edge-Center verbinden. In dem Falle wird er die Mitte einer Edge immer akzeptieren als seinen Snapping-Point. Und das kann ebenfalls sehr hilfreich sein. Was ich weiß, war das in der 279 noch nicht dabei, der Edge-Center. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Der Rest der Einstellung ist meiner Meinung nach ein bisschen überladen und nicht wirklich sinnvoll für den Anfang. Darum lasse ich den mal aus. Aber eins möchte ich noch dazu sagen, nämlich die Option, die ich sehr spät gefunden habe, ist nämlich mit Shift mehrere Dinge gleichzeitig zu markieren. Und damit könnt ihr gleichzeitig verschiedene Snapping-Objekte nehmen. Zum Beispiel, er wird auf der Mitte snappen, dann wird er an der Kante snappen und auch noch auf dem Grid snappen. Hier sieht man schön, wie er am Grid snappt. Ja, kann man sich eben hier oben mixen, wie man möchte. Und also Edge und Mitte von Edge und so weiter, das ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll, aber man kann ein paar Dinge definitiv kombinieren, wie zum Beispiel die Edge und die Mitte der Edge. Also, Entschuldigung, den Vertex und die Mitte der Edge, dass man sozusagen diesen Punkt, diesen Punkt und diesen Punkt hat. Das finde ich zum Beispiel relativ praktisch. Aber je nachdem, was man natürlich damit anstellt. Denn hier geht man keine feste Verbindung ein. Das funktioniert nicht, da man hier auch keinen Punkt hat, an dem man die Geometrie festschweißen kann. Das heißt, trotz Auto-Merge wird hier nichts passieren, wenn wir unser Snapping ausschalten. Er kann es nicht verbinden, trotz Auto-Merge, denn hier ist kein Vertex. Und man kann ja bekanntlich nur an einem Vertex verschweißen. Das funktioniert also so nicht. Kann aber zur Ausrichtung von einem Objekt ganz gut sein. Es muss ja auch nicht alles wasserdicht sein, je nachdem, ob man es in den 3D-Drucker legt oder nicht. Für eine Spiele-Engine ist es manchmal gar nicht so wichtig, dass die Objekte miteinander verschweißt sind. Da reicht es oft, wenn die nebeneinander her existieren. Genau. Das war das Snapping-Tool. Ein sehr wichtiges Werkzeug in meinen Augen. Und ich hoffe, es hat euch auch dem Auto-Merger, vielleicht dem einen oder anderen, der es nicht kannte, ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Es ist ein sehr, sehr tolles Tool, damit man einfach schneller arbeiten kann und nicht so schlimmer, wie Vertex es aufeinander zu legen und sich zu fragen, warum die sich einfach nicht verschmelzen. Damit viel Spaß bei der nächsten Lektion und bis bald. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Improve-Asset. Das ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Ziel. Vielen Dank.